Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mir ist aufgefallen, dass ich schon lang keinen Vlog mehr gemacht habe. Und da ich heute nach Berlin fahre, beziehungsweise hier. Zur Hochzeit von... Was? Cousine und angeheirateter Wald. Ja, ist schon angeheiratet. Wie auch immer. Wir fahren jetzt los. Ich meld mich später wieder. Wir sind endlich in Berlin angekommen. Ich bin mega am Arsch. Aber nichtsdestotrotz ziehen wir jetzt erstmal durch die Gegend und gucken, wo wir so überall aufschlagen können. Also wir holen erstmal was zu essen. Und dann geht's ins Studio, würde ich sagen. Und naja, es ist arschkalt dafür, dass es Sommer ist. Ja, wie immer das selbe Problem, ne? Sondern keine Ahnung, wo man ist. Aber man muss irgendwo hinkommen. Also sind wir jetzt einfach in irgendeine Bahn gestiegen und hoffen, dass wir da ankommen, wo wir hinwollen. Habe ich schon mal erzählt, warum ich öffentliche Verkehrsmittel hasse? Ich persönlich finde die total unübersichtlich. Aber naja, wir sind jetzt endlich, nachdem wir sechsmal dämlich durch die Gegend gefahren sind, glaube ich auf dem richtigen Weg. Und ja, jetzt endlich. Ja, der weite Weg, ne? Der weite Weg von Koblenz, nur um im Feistar nach Berlin zu fahren und zu testen, was hier so ist. Oder auch nicht. Achso, ja, das Video findet ihr natürlich auf MuscleArts. Link in der Beschreibung. Und hier oben. Und hier oben. Ihr wisst ja, wenn's kacke läuft, dann richtig kacke. Denn, äh, natürlich verspäten sich die Menschen, die den Schlüssel abholen sollten. Deswegen müssten wir jetzt abbrechen hier und, äh, den Schlüssel holen. Wo, genau? Das ist in Friedrichshain. Eine halbe Stunde von hier. Naja. Aber nochmal, ne? Shoutout an... Ja, wie's drin? Ja, dann. Shoutout an Zweifstar in... Weißensee. Berlin Weißensee. Nicht Weißen Turm. Nicht Weißen Turm. Das ist bei uns, ja. Ähm, ja. Lohnt sich? Lohnt sich? Jaaa, also wenn man darauf steht, dass man sehr für sich ist, weil wirklich sehr viel Platz zwischen den Geräten ist. Ähm, ihr habt ja eben einen kleinen Eindruck bekommen, das ist im Vergleich zu anderen Studios, in denen wir bisher gewesen sind, sehr gräumig, sagen wir mal so. Überschaubar. Ähm, von den Geräten her auf jeden Fall nicht mehr die modernsten. Ist aber nicht schlimm, denn sie tun ihren Zweck. Wie ich eben schon gesagt hab, das ist kein Studio für den Hardgainer, das ist ein Studio für die Otto-Normal-Fitness-Menschen da draußen. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass es keine 20kg-Scheiben gibt. Sondern das höchste Gewicht, was sie an Scheiben haben, sind 15kg. Ja. Und das ist für, gerade für den Flo natürlich immer ein bisschen blöd, wenn er anfangen muss, Gewichte zu basteln. Ja, ich hab jetzt eben, glaub ich, 8 Scheiben oder so drauf gehabt. Ich hab keine Ahnung. Naja, also in diesem Sinne, weiter geht's mit dem Stress. Ja, wir haben's geschafft, wir sind endlich da. Nach nun mal mehr einmal nur aus Versehen irgendwo falsch einsteigen. Wir verbessern uns. Was? Also, was kann man bisher über Berlin sagen? Wir werden besser. Ja. Und es tut gut, den Gedanken zu verfolgen, dass wir zu Hause Autos haben. Oh ja. Auch wenn du wahrscheinlich nach einer Zeit hier in Berlin dich wunderbar zurecht findest mit den scheiß Öffis. Aber so ein Auto, ne? Da setz dich rein, stehst du zwar ein bisschen im Stau, stehst du auch ein bisschen länger im Stau. Aber du bist frei zu sagen, und jetzt fahr ich weiter. Oder jetzt mach ich eine Pause. Ja, wie man eben schon im Fitnessstudio gesehen hat. Wir mussten einfach weiter, weil wir eigentlich nur mit dem Auto eine halbe Stunde gebraucht hätten. Mit den ganzen Öffis haben wir jetzt gebraucht eine Stunde ungefähr. Ja, knapp eine Stunde. Ach, es gibt noch eine Roomtour. Unser Schlafzimmer. Und übrigens, ne? Wer kommt zuerst? Wer kommt zuerst? Wer zuerst kommt? Oder das Doppelbett. Ja, komm mit. Führ uns rum. Ich sage, komm zurück. Yo, welcome to MTV Cribs. Das ist mein Kleid für morgen. Das ist eine große Rückenauschmacht. Ja, dazu kommen wir dann morgen nochmal. Wir machen hier weiter. Wir haben unsere Küche. Süß, und klein und gemütlich. Also, wichtigst zu dienen, da. Da. Ja, aber da fehlt noch was. Deswegen müssen wir gleich gucken, ob wir noch einen Shop kriegen. Wenn ich habe nur... Was findest du mit Kaffee? Hab ich gar nicht. Ah, okay. Dann weiß ich, wer gleich Kaffee macht. Und hier steht noch ein Kaffee. Dann weiß ich, wer gleich Kaffee macht. So, okay. So süße kleine Küche. Das ist unsere Abstellraum. Schüssel. Mit Bügelbrett, Wasserkocher, alles mögliche. Dann ist Baka bisher noch nicht gesehen. Die sind auch gerade eben erst reingekommen. Die ist auf jeden Fall schon mal sehr stylisch. Ein modischer Lichtschalter. Den gibt es auch nur so in Berlin. Den kann man sonst nirgendwo anders erwerben. Absolut exkluid. Okay, ich schicke euch eine Anleitung, wie ihr es selbst machen könnt. So. Ach ja, es ist klein gemütlich. Also beschreib mal kurz deine Körpergröße und geh dann mal rein. Ähm, manche Leute sagen, ich bin klar. Das ist nicht nett. Du bist 1,60. Aber es ist auch nicht ganz falsch. 1,64. Aber ja. Und kein Elefant. Ich... Ich muss auch nicht. Also mach mal kurz den Tätsel. Wie mach ich den Tätsel? Ja, aber hast du denn Richt gemacht? Ich kann auf einmal doppelt so groß werden. Hast du denn Richt gemacht mit den Armen? Ja. Aber ich bin nur die Arme aussteckend festzustellen. Ja. Ich komm an jede Wand. Also nur an die Decke. Ja. Ja. Aber... Naja, es reicht. Es erfüllt seinen Zweck. Also rufen mit zwei wird auch schwierig, aber... Ja, da müssen wir halt Pimpern überall. Das musst du aber wegfucken. Okay. Viele Pimpern weg. Familie, Schlafzimmer... Nein. Ja... Nicht. Computerfernseher. Den haben wir übrigens zu tun auch. Genau. Und... WLAN. Ja, hier ist nicht so interessant. Viel anderes ist hier nicht drin. Wobei mir gerade ein bisschen ist das WLAN zu tun. Oh. WLAN-Kabel. Ich wollte sagen, wir haben WLAN. Das ist gut. W... Hab ich gerade gesagt WLAN-Kabel. Ich... Okay. Okay. Okay... Weiter. So, das ist unser Wohnzimmer. Ein Bild bereits nur. Alles auf einmal. Aber... Es ist ziemlich blau. Das liegt unter anderem da dran. Hat was. Was nichts hat, ist, dass das hier alles offensichtlich vorher mal einfach ganz rauf war. Wenn man das drauf anlegt, steht man hier direkt auf der Weg. Moment mal kurz. Haustür. Haustür ist geschlossen. Warte, ich mach mal kurz wegen dem Lärm. Kaum ein Unterschied. Aber naja, wir wollen jetzt mal nicht meckern. Das macht nix, aber wenn der Flo das weiter so macht, wenn hier ganz viele andere Leute da vorne stehen haben, dann ist die Tür nicht schlimm. Die Tür geht nicht automatisch zu, aber ist auch nicht schlimm. Und? Für die Kinder. So, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich vielleicht auch lieber hier schlafen würde. Ich mein, es hat eine Leid, es fehlt eigentlich nur noch eine Rutsche. Und wie wollen wir hier... Und wie wollen wir hier miteinander... Hast du mir nicht zugehört? Die Rutsche in einem Birdpool. Ja, aber wie wollen wir hier miteinander... Im Birdpool. Der ist noch nicht da, aber... Ach so, ja, okay. Ja. Ein verschenkter Rum, würde ich fast sagen. Der ist eigentlich ganz gut in der S-Gruppe oder sowas hingefasst. Als ich zuerst eben um die Ecke kam, ich dachte, es wäre ein Leo-Farben. Ist leider nicht. Ja, und einen... Also man muss ja schon sagen... Er ist süß. Und er ist... Ne? Diesen. So, da ist... Oh, da sind Eiswürfel drin. Immerhin. So, und jetzt kommt's. Da ist nichts drin. Aber, ne? Jeder, der mich kennt, weiß, dass eine Sache bei mir nicht fehlen darf. Ja, da, 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 da... Schleif nach oben! Ja! Ne? Also... Ja, das war's mit der Roomtour. Und ähm... Wir werden später vom Sushi-Essen zurück, würde ich sagen. So, wir sind endlich da. Endlich wieder hingekommen. Äh... Äh, äh... Guck, mein Hirn ist schon vollkommen unter... Unter... Na ja. Ähm... Ja, wie gesagt, ist endlich da. Ja, wir haben jetzt ein Bestand, das kommt gleich auf. Und hier sind die guten zwei mit dem Auto essen. Und ich muss auch vor allem wieder in Englisch umswitchen. Obwohl mein Hirn auch ein Fakt ist, aber das klingt auch so gut. Wir warten jetzt aufs Essen, ich bin gespannt. Okay. Mhm, mhm, mhm. Nicht schlecht. So, bitteschön. Danke. Jetzt könnt ihr den Video aufnehmen. Bin schon dabei. Danke. Ja, ne, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Ja, ich lass das einfach mal so stehen und auf Menschen wirken. Ist das geil. Das sieht so schön aus, das darf man nicht essen. So. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben gestern voll verpeilt noch Aufnahmen zu machen, aber wir waren einfach so im Fresskoma. Ja, das war einfach mega lecker. Also, ne, kann man nur empfehlen. So, wie ist die gute Bar nochmal? Ähm, Roji. Roji. Roji in? In... Palo. Palo? Palo? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Sucht einfach mal Roji. Also, wie gesagt, ist ein bisschen teurer, aber kann man machen. Mal, ja. Mal. Kann man mal machen. Nicht jede Woche. Nicht jede Woche. Offen, dass am Essen her eigentlich eher so ist, dass man das wieder machen möchte. Oder jeden Tag. Ja. Oder zum wieder Malzeit. Ja. Wir müssen uns jetzt auf jeden Fall so langsam mal fertig machen, denn gleich geht's auch in die Kirsche. Und wir essen jetzt Kirchen. Nein. Es geht in die Kirche und wir essen Kirchen. So. Das ist was sie sagen. Ja. So, währenddessen sie sich noch ein wenig herrichtigt und ich eigentlich schon grundsätzlich fertig, Stick as fuck. Das musste ich einmal nehmen. Oben. Auf. Ja. Die Frau trägt heute eine Kombination aus Kleidchen und irgendwas, was grau ist. Hallo. Ja, währenddessen die da hinten noch am Proben sind. Ich bin noch nicht ins Lauch aufgegangen. Ja. Ich bin mal gespannt. Wie jeder weiß, bin ich streng gläubig. Aber wir werden sehen, was mich hier so erwartet. So schlimm. Ja. So, wir haben das jetzt erfolgreich hinter uns gebracht. Also ich zumindest die Kirsche, ne? Du hast schön gesungen. Und jetzt geht's zur Feier. Ja, nachdem wir die wunderbare Feier heute so hinbegebracht haben und ich wie gesagt nicht zusammen auf die Hände bin, gibt's jetzt erstmal Essen. Nach Nummer Tinkui ist das ganz gäbe, dass man hier... Ja, ist schon ein bisschen angefangen. Ähm... Lustige Spiegel macht. Aber naja. Wir erkennen das nicht. Ja, wir essen jetzt und dann, äh... Mal gucken. Die Hubsbotschaft für heute war. Ich bin zwar kein Fußballfan, aber... Das Spiel wird hier nicht übertragen. Das heißt, ich kann's auch im Handy gucken. Naja. Für die, die's nicht wissen, heute spielt Deutschland. Ähm... WM und so. Ähm... Was haben wir denn? Irgendwie... Advertina Misu. Cupcakes vom sportsansässigen Wecker. Und das hier sieht irgendwie so ein bisschen aus wie ein Chubby. Weißt du es aber nicht genau? Wir probieren. Das ist auf jeden Fall lecker. Das weiß ich noch nicht. Aber der Flo hat's denn schon aufgegessen, wenn er das sagt? Ja, nein, nein. Ich hab nix... Ich esse sowas gar nicht. Nie. In diesem Sinne. Ja. Alter. Warte. Dafür, dass wir nie, nie solche Mengen an Zucker essen, ist mir auch verdammt schlecht. Aber die Cupcakes, die es hier gibt... Moment, ich hol nochmal einen. Also die haben, denke ich mal grob 220 bis 280 Kalorien. Und ich hab jetzt vier oder fünf davon gegessen. Keine Ahnung. Aber die sind einfach scheiße lecker. Aber den schaff ich nicht mehr, weil mir ist ich stark geschwächt. Ich bin nicht zu viele. Ja, ähm... Ne? Das war ein Muffin zu viel. Das war ein Muffin zu viel? Oder ein Gin Tonic? Denn mein Kleid hat ne kaputte Naht. Wie kann man sowas nur erwarten von einem 17 Euro immer zum Kleid? Das ist einfach aufreißend. Du hast zu hart mitgegeben, da wird schon viel. Vielleicht auch das. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. 2-1. In der letzten Minute noch, ne? Falls ihr das noch nicht wirklich noch macht. Aber es ist auch groß. Naja, wir tricksen jetzt ein bisschen am Kleid rum. Und wir trinken weiter Wasser. Ja, mit Burken. Und ein paar Unbring. Und ein paar Gin was dazu haben. Ja, und ich würde sagen, wir verabschieden uns mal für heute. Ja. Wir machen uns mal ein bisschen weiter mit morgen. Wir melden uns mit dem Frühstück bei zwei ganz besonderen Menschen zurück. Guten Morgen. Währenddessen die Dame sich gestern weggeballert hat und noch im Bett liegt, gehe ich jetzt duschen. Und ich hoffe bis dann ist sie auch endlich parat. Und dann geht es zu zwei ganz besonderen Menschen. Mhm. Und qualifizierte Kommentare aus dem Off. Bis gleich. Also, wir sind hier jetzt beim Essen. Und ich komme mir echt vor wie ein Kind aus der kleinen, kleinen Mini-Pubstadt. Weil hier gibt es Chicken Nuggets zum Frühstück. Wie geil ist das denn? Und die Überraschungsgäste sind übrigens die beiden. Ne? Wer kennt die nicht? Ne? Der Tetzel und die Loki. Ja, wir essen jetzt erstmal und dann essen wir nochmal. Und dann ist mir hoffentlich schlecht und ich habe keine Lust mehr zu essen. In diesem Sinne. Thank you for traveling this Deutsche Bahn. Ja, nachdem wir jetzt schön gespeist haben mit Loki und Tetzel, kam jetzt wieder mal. Juhu, ich glaube der Zug fährt aus. Yay! Und wir brauchen jetzt insgesamt drei Stunden länger als im Plan. Danke, Deutsche Bahn. Naja. Ich verabschiede mich jetzt auf jeden Fall. Es war eigentlich ein entspanntes Wochenende. Bis gerade. Online entspannt war es die ganze Zeit. Was war eigentlich? Für den Kopf zumindest. Für den Kopf war es schön. Und naja. Berlin hat es Spaß gemacht, auch wenn es ansteckend war. Aber... Heute war noch kein Spaß. Ne. Na klar. Ne. Na ja. Und wir werden von uns so einen guten Hübsch getrunken. Auf Kostenerstattung. Weil, äh, es ist eine Verspätung, ähm, beziehungsweise ein Ausfall. Der, äh, uns nur unter den Umsatzplatzbeserlierungen kostet uns die Geldkosten. Als auch, ja. Sehr wenig viele Schloss und Anzeiten, die uns jetzt verloren gehen. Und ich bin mal gespannt, weil es trotzdem heute Abend eigentlich ist man nicht wieder abholen. Aber, so wie es aussieht, wäre das frühstens morgen früh der Fall. Wenn wir nämlich nach sind. Ja. Na ja. Trotzdem danke fürs Einschalten. Es war wieder Spaß. Du hast ein paar Likes und Abos da, ne. Wie immer. Und... Schreibt uns mal eure schlimmsten Erfahrungen mit der Deutschen Bahn in die Kommentare. Dann liken wir alle zusammen und fühlen mit euch. Genau. Das ist eine super Idee. Und wir, ähm, machen dann vielleicht auch da noch ein Video drüber. Deutschlands, Deutschlands, Deutschlands schlimmste Bahnerlebnisse. Na ja. Du hast das Abschlusswort? Ich würde ja jetzt sagen, in diesem Sinne, aber dieser Sinn gerade ist mir nicht... Also ich kann diesen Sinn gerade nicht nachvollziehen. Nicht in diesem Sinne. Nicht in diesem Sinne. Weil in diesem Sinne würde heißen, dass es einen Sinn hätte, dass unser Zug ausfällt. Und den sehe ich nicht. Und sie hat jetzt das Abschlusswort? Das glaube ich jetzt vorher nicht, warte. Schon wieder aus der feine Gasse, die waren, warte. Tschüss. Ne. Tschüss. Atschora. Remember who you are! Remember who you are!